Wir befinden uns hier in Wien-Neubau, dem 6. Gemeindebezirk, direkt an der beliebten Maria-Hilfer-Straße gelegen. Und die Nachtschwärmer wissen, hier ist auch ein ganz tolles Ausgehviertel. Leider ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag hier zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein erst 19-Jähriger, der hier mit Freunden unterwegs war, wollte einer 20-jährigen Bekannten genau hier einen besonders tollen Ausblick zeigen. Dafür sind sie über eine Außentreppe an einem Gebäude hoch und dann im 6. Stock wollten sie auf eine Garage rüberklettern. Dabei dürfte der 19-Jährige ausgerutscht sein und in einen Lichthof gefallen sein. Wie gesagt, 6. Stock, das war natürlich letal für den jungen Mann. Die Frau, die hat einen fürchterlichen Schock bekommen, als er abgerutscht ist, hat dann auch geschrien. Daraufhin hat ein Passant, der diesen Schrei eben gehört hat, die Polizei angerufen. Die konnten dann eben nach 2 Uhr morgens nur mit dem Tod des jungen Mannes feststellen.